Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Titel Alois Erlmeier – Vorzeichen Israel – es ist soweit, jetzt wird's blutig Aus aktuellem Anlass analysieren wir die jüngsten Entwicklungen durch einen weiteren Raketenangriff auf Israel als weiteres Vorzeichen und die damit verbundenen Eskalationen im Nahen Osten. Gestern Abend startete der Iran, wie von vielen internationalen Beobachtern erwartet, eine militärische Gegenoffensive gegen Israel. Zuvor hatte der israelische Geheimdienst, der Mossad, einen bedeutenden Erfolg erzielt, indem er die Kommunikationsinfrastruktur der Hezbollah im Libanon, die als eng mit dem Iran verbunden gilt, lahmlegte. Zudem wurden deren Führer durch Israel letzte Woche getötet. Angesichts der Rolle des Irans als Unterstützer der Hezbollah war eine solche Reaktion nun abzusehen. Die ohnehin extrem angespannten Verhältnisse in der Region haben damit eine noch höhere und noch brutalere Eskalationsstufe erreicht. Denn während Israel von außen durch viele Raketen bedroht wird, kam es zeitgleich in Israel selbst ebenfalls zu einem blutigen Terroranschlag auf Zivilisten. Diese besorgniserregenden Entwicklungen sind alleine deswegen so brisant, da nur noch ein Funke fehlen könnte und die von Irlmayr hervorgesehene Kettenreaktion auszulösen. Vielleicht ist das schon auch am Laufen. Bevor ich jetzt aber beginne mit dem Video, möchte ich euch einen Hinweis in eigener Sache nochmal geben. Denn mein neuestes Buch mit dem Titel Aluiz Irlmayr – Beweise seiner Gabe wird in den nächsten Tagen, vielleicht auch noch heute, bei Amazon erscheinen. Dieses Buch war mir ein besonderes Anliegen und ist für alle, die sich für Prophezeiungen interessieren, ob Neulinge oder erfahrene Experten. Und es richtet sich auch zur Beweisführung für die unbestreitbaren hellserischen Fähigkeiten Irlmayrs an diejenigen, die sich im Familien- oder Freundeskreis für ihren Glauben an die Vorhersagen Irlmayrs ständig rechtfertigen müssen. Durch gut recherchierte Beweise, eindrucksvolle Zeugenberichte und außergewöhnliche, teilweise unbekannte Ereignisse Irlmayrs liefert dieses Buch überzeugende Beweise seiner Seherfähigkeit. Zuerst erscheinen die Taschenbuch- und Hardcover-Ausgabe und in ein paar Tagen dann auch die E-Book-Ausgabe. Das Buch bietet mit 298 Seiten über 100 Seiten mehr als mein letztes Buch. Mikes neues Buch Alois Irlmayr – Beweise seiner Gabe richtet sich an alle, von Einsteigern bis zu Experten im Bereich der Prophezeiungen. Besonders aber an jene, die bisher an Irlmayr oder Hellsehen gezweifelt haben. Fundierte Beweise, Zeitzeugenberichte und erstaunliche Ereignisse lassen kaum Raum für Zweifel. Wer danach immer noch nicht glaubt, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Alois Irlmayr – Achtung Vorzeichen Israel, es ist soweit, jetzt wird's blutig. Um die Ereignisse der letzten Wochen nochmals einordnen zu können, hier ein kurzer Überblick über die vergangenen Ereignisse. Hisbollah-Chef getötet Bei einem israelischen Luftangriff auf den Süden von Beirut wurde vergangene Woche der Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet. Was als einer der schwersten Schläge gegen die pro-iranische Miliz seit Jahrzehnten gilt. Nasrallah, der 64-jährige, langjährige Anführer der Hisbollah, fiel einem gezielten Angriff der Israelis zum Opfer. Der von Israels Armee durchgeführt und anschließend öffentlich bestätigt wurde. Der Hisbollah selbst bestätigte den Tod Nasrallahs am nächsten Tag und sprach von einem erheblichen Verlust. Der Angriff traf ein Hauptquartier der Miliz, das sich unter Wohngebäuden im Vorort, nahe beim Beiruter Flughafen, befand. Neben Nasrallah kamen auch der Hisbollah-Kommandeur Ali Kharki und weitere hochrangige Mitglieder der Miliz ums Leben. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete sechs Tote und 91 Verletzte. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Tötung Nasrallahs als eine Maßnahme der Gerechtigkeit. Während die iranische Führung und andere Verbündete der Hisbollah mit scharfer Empörung reagierten. Der Tod des Hisbollah-Chefs stellte eine erhebliche Eskalation im jahrzehntelangen Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah dar. Doch auch hier stand unsere Außenministerin Baerbock erwartungsgemäß auf der falschen Seite. Ich denke, wir sollten die Baerbock mal eine Gesinnungsprüfung unterziehen und schauen, ob die Frau nicht im Kopf ein bisschen arg islamistisch ist. Instinktloser kann man wirklich nicht sein. Diese Frau ist einzigartig. Aber dies war von deutscher Seite auch nicht anders zu erwarten gewesen. Iran greift Israel gestern Abend mit 180 Raketen an. Der iranische Raketenangriff dauert rund eine Stunde. Während viele Bürger im Westen angesichts dieser explosiven Situation vielerorts mal wieder angesichts Irrmeiers Vorhersage den Atem anhielten. Im Westjordanland wurde ein Palästinenser durch herabfallende Raketenteile getötet. Während Israel auf den Angriff mit Luftschlägen gegen Hisbollah-Stellungen in Beirut reagierte. Bundeskanzler Olaf Scholz warnt angesichts dieser Eskalation vor einem möglichen Flächenbrand in der Region. Und betonte die Notwendigkeit, weitere Verschärfungen zu verhindern. Der israelische Iron Dome konnte im Großteil der rund 180 Raketen abfangen. Jedoch verursachten einige Einschläge Schäden in Israel. Der Iran setzte bei dem Angriff erstmals Hyberschallraketen ein, was die israelische Luftabwehr vor großen Herausforderungen stellte. Nach etwa einer Stunde wurde in Israel Entwarnung gegeben, als die Bedrohungslage als vorerst beendet eingestuft wurde. Die israelische Regierung erklärte, ihre Operation sei abgeschlossen, solange Israel keine weiteren Vergeltungsmaßnahmen ergreife. In Tel Aviv und anderen Städten suchten Millionen von Menschen Schutz in Bunkern, während die Explosionen in den Straßen zu hören waren. Ja, also man muss jetzt schon sagen, also in Tel Aviv gibt es noch Schutzbunker, während wir Deutschen, hochtechnologiertes Land, nicht mal mehr Schutzbunker haben. Klasse! Der iranische Angriff erfolgte also als Vergeltung für die Tötung des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah und des Hamas-Auslandschefs Ismail Hanjai. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. In den kommenden Tagen plant Israel, laut Berichten, eine erhebliche Vergeltungsaktion. Und so geht es natürlich wieder rüber, nüber, rüber und nüber und hier ist nirgendwo eine Ruhe in Sicht. Die unter anderem auf Ölanlagen strategische Ziele im Iran abzielen könnte. US-Präsident Joe Biden erklärte, dass die USA in engem Kontakt mit Israel stünden, um eine gemeinsame Reaktion auf die Angriffe zu erörtern. Die USA verlegen zusätzliche Truppen sowie einen Flugzeugträger in die Nahostregion. Wer sich jetzt nur annähernd auskennt, weiß, was das nächste Vorzeichen ist, wenn sich die Schiffe gegenüberstehen. Um dort ihre militärische Präsenz zu verstärken, will eben die USA vor Ort sein. Dies dient nicht nur als Signal an den Iran, sondern auch an andere internationale Akteure, die Israel feindlich gegenüberstehen, um ihre Entschlossenheit und Stärke in der Region zu demonstrieren. Und was kommt dann als nächstes? Steht nun ein israelischer Angriff auf Irans Atomanlagen bevor? Die jetzige Situation gleicht einem Pulverfass und wie Israel auf diesen Angriff reagieren wird, könnte die Situation weiter eskalieren. Dabei rücken nun auch die iranischen Atomanlagen verstärkt in den Fokus. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat in der Vergangenheit wiederholt klargestellt, dass er verhindern werde, dass das iranische Regime in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Dies hat immer wieder Spekulationen über mögliche präventive israelische Angriffe auf Irans Nuklearprogramm befeuert. Ein solcher Angriff könnte die Lage nur dramatisch weiter verschärfen. Oder man könnte auch sagen, das war's dann. Bereits nach einem ähnlichen Angriff im April soll Israel laut iranischen Quellen einen Luftwaffenstützpunkt in der zentraliranischen Provinz Isfahan attackiert haben, in der sich im Übrigen, auch in der Nähe, eine Nuklearanlage befindet. Darunter die Uran-Anreicherungsanlage Natanz. Bei dem Angriff im April gab es jedoch offenbar keine nennenswerten Schäden. Ein gezielter, groß angelegter Angriff auf die gut geschützten iranischen Atomanlagen könnten den Konflikt jedoch auf ein neues, noch viel gefährlicheres Eskalationsniveau heben. Ich weiß zwar nicht im Großen und Ganzen, ob es dann irgendwie noch höher geht, aber sei mal dahingestellt. Es schaut alles aus, als würde es Richtung dem laufen, dass, wie gesagt, Irlmayr 100% Recht hat mit dem, was er vorausgesagt hat. Der Krieg beginnt im Nahen Osten. Israel kämpft um seine Existenz. Betrachtet man die militärischen Aktionen Israels, wird deutlich, dass einige internationale, darunter auch westliche Staaten, einschließlich UN-Generalsekretär Antonio Guterres, Israels Existenzberechtigung seit Monaten schon indirekt infrage stellt. Anstatt Terrormilizen wie die Hamas oder die Hezbollah auf politischen Ebenen zu bekämpfen, gewinnen diese Anhänger der Terrormilizen völlig ungeniert in vielen westlichen Staaten immer neue Anhänger. Darunter auch, wie kann es natürlich sein, viele in Deutschland. Und bevor ich jetzt gefragt werde, auf welcher Seite wir sind, also ich persönlich, ich bin auf gar keiner Seite. Ich habe mit den Juden nichts am Hut und noch viel weniger habe ich mit irgendwelchen Islamisten am Hut. Ich will eigentlich nur eins in Ruhe mein Leben leben und das scheint mittlerweile nicht mehr möglich. Die Tatsache, dass Israel nun einen Drei-Fronten-Krieg führen muss, ist besonders alarmierend. Nicht nur für die Nahostregion, sondern auch im Hinblick darauf, wenn ein westlicher Staat wie USA aktiv in die Konflikte eingreifen könnte. Sollte dies geschehen, könnte Ehlmeiers Prophezeiungen von feindlichen Flottenverbänden im Mittelmeer schneller Realität werden, als viele erwartet haben. Und wie explosiv und blutig die Lage Israels außenpolitisch oder auch innenpolitisch ist, zeigt ein weiterer grausamer Vorfall. Terroranschlag in Tel Aviv. Während der Iran Raketen auf Israel abfeuerte, ereignete sich fast gleichzeitig ein Terroranschlag in Tel Aviv. Laut Berichten der Times of Israel zeigen Überwachungskamera-Aufnahmen mindestens zwei Angreifer, von denen einer mit einem Sturmgewehr bewaffnet ist, wie sie in Jaffa einen Schusswaffenangriff verüben. Die Aufnahmen zeigen, wie die Täter aus der Stadtbahn steigen und das Feuer auf einen am Boden liegenden Mann eröffnen. Zudem sind mehrere reglose Körper an einer Haltestelle zu sehen. Bei dem Anschlag sollen sechs Menschen getötet und mindestens zehn weitere verletzt worden sein, wie israelische Medien unter Berufung der Rettungsdienste berichten. Die Polizei habe die Angreifer neutralisiert. Fazit In den kommenden Tagen und Wochen könnten sich die ohnehin schon explosive Situation im Nahen Osten weiter verschärfen. Der Raketenangriff des Iran und der Terroranschlag in Tel Aviv sind klare Zeichen einer Eskalation, die Israel auf mehrere Fronten herausfordert. Angesichts der militärischen Gegenreaktion Israels, insbesondere gegen Hezbollah-Ziele im Libanon und mögliche Angriffe auf iranische Nuklearanlagen, ist es wahrscheinlich, dass der Konflikt weiter außer Kontrolle gerät. Sollten sich die USA oder andere westlichen Staaten militärisch stärker einmischen, etwa durch eine direkte Konfrontation mit iranischen oder von Iran unterstützten Kräften, könnte dies den Konflikt auf eine internationale Ebene heben. In diesem Fall könnte Irlmayers düstere Prophezeiungen, in der von einem neuen Krieg im Nahen Osten und feindliche Flottenverbände im Mittelmeer spricht, schneller eintreten als bislang gedacht. Eine solche Eskalation könnte dazu führen, dass globale Mächte wie Russland oder China indirekt oder sogar direkt in den Konflikt verwickelt werden. Was die Lage natürlich dann dramatisch verschärfen würde und schätzungsweise zu dem kommt, was wir alle wissen, was kommen wird. Falls weitere Raketenangriffe und Terroranschläge in Israel folgen und die Spannungen mit dem Iran, der Hezbollah und Hamas weiter zunehmen, könnte ein groß angelegter Krieg in der gesamten Region noch dieses Jahr ausbrechen. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, insbesondere mit Blick auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen Israels und die Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Der Konflikt droht somit zu einem Auslöser für einen weitreichenden Krieg im Nahen Osten zu werden, der sehr schnell globale Dimensionen annehmen könnte. Also genau ein solches Szenario, wovor Irlmaier vor über 60 Jahren gewarnt hat. Und es wird passieren. Und das Ganze wird so ausgehen, dass früher oder später die Welle zu uns rüberschwappt. Ich möchte noch einmal eindringlich auf euch einwirken. Kauft euch alles, was ihr braucht, damit ihr mehrere Wochen überleben könnt. Nahrungsmittel, Wasser, Verteidigungsanlagen für innerhalb der Wohnung. Redet mit euren Verwandten, die eventuell in Süddeutschland sind, ob ihr, auch wenn sie momentan daran nicht glauben, bei ihnen unterkommen könnt, wenn der Fall der Fälle eintreten wird. So, das war's jetzt wieder mit dem Video. Wie immer geht ein herzlicher Dank an alle unsere Kanalmitglieder und diejenigen, die mit ihrer Kanalmitgliedschaft und einer Spende unseren Kanal tatkräftig unterstützen. Für diejenigen, die zwar unseren Kanal unterstützen wollen, aber weder eine Kanalmitgliedschaft oder auch eine Spende leisten wollen. In der Beschreibung unten ist eine kleine Wunschliste, wo ihr über Amazon unseren Team von Future Whispers etwas Gutes antun könnt. Wie z.B. Anke, die unwahrscheinlich gern Brausestäbchen nascht. Oder Carlos, unsere Hauskatze. Das heißt, wir haben zwei, Carlos und Rambo. Die stehen auf Süßigkeiten von Whiskas. Die gehören ja schließlich auch zum Team. Okay, wie auch immer, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Bitte bleibt wachsam und vor allem gesund. Auch bis zum nächsten Video. Servus, euer Maik. Klar und rein, Future Whispers deckt auf, was verborgen sein. In der Stille der Nacht, erwachen Gedanken. Zukunftsbilder, die durch die Zeiten schwanken. Verlorene Wahrheiten von Future Whispers gefunden. Die Botschaft in der Vergangenheit neu verbunden. Aufwachen soll die Welt, erkennen das Licht. Was verborgen offenbart sich in Sicht. Future Whispers führt euch durch die Nacht, bis ein neuer Morgen erwacht. Future Whispers, echo eine Zeit, wo Prophezie und Wahrheit sich vereint. Viele Zweifeln können es nicht sehen, doch intelligente Menschen werden verstehen. Geflüster aus der Zukunft nun ganz laut. Future Whispers zeigt, was der Schweier erlaubt. Folge uns auf den Weg, durch das Dunkel zum Licht, wo die Wahrheit spricht und der Nebel sich bricht.